So, ich geh jetzt mal mit Danja mit. Warum macht Danja keine einzige Task? Danja, wo bist du? Sorry, ich hatte keine Ahnung, wo wir sind. Warum stellt ihr so komische Fragen? Warum stellt ihr solche Fragen? Hey Leute! Was geht? Danja hier mit... Kahn und... René, hallo! Und... Claudio. Claudio. Heute mal ohne Fremdsprache. Ja, danke, das wäre mega nett. Könnt ihr bitte aufhören, immer Türkisch zu schreiben im Chat? Ja, ich habe damit nicht angefangen. Claudio hat damit angefangen. Ich verstehe das einfach nicht. Könnt ihr das einfach lassen? Ja, das Problem ist, Claudio ist dieses Spiel einfach zu wichtig. Ja, ich weiß, ich merke das schon. Ja, das stimmt, leider. Ich mag das Spiel. Okay, ganz normale Runden heute? Ja, ganz normale. Ganz normale Runden, Danja? Nothing special. Okay. Ich liebe dich, Kahn. Ja, okay. Du kannst ja damit jetzt mal aufhören, Claudio. Bis gleich. Okay, es ist natürlich keine normale Runde. Eva ist himmlisch heute hier. Und die wird heute spielen. Okay, genau hier. Eva spielt heute für mich. Ich weiß nicht, hast du bei Kahn schon mal gespielt? Nein, das ist tatsächlich meine erste Rund. Kahn, komm, heut, und... Du kannst... Okay, ich sehe René. Ich habe Claudio bisher noch gar nicht gesehen. Wir putzen hier. Ja, genau, wir putzen hier. Perfekt. Sehr schön. Okay, Claudio hat's erwischt. Alles klar, ich habe es gesehen. Gelb. Okay. Also, ich war gerade die ganze Zeit bei O2. Also, Claudio hat Electrical gerade gemacht. Und dann wurde er erwischt. Mhm, okay. Hm. Also von Gelb sagst du? Ja. Äh, trust me. Ja, ich meine, wir werden sehen. Wenn du da so sicher bist, dann sehen wir's ja gleich. Hold me next round. Nein, nein, ich bin's nicht. Es ist gelb. Ja, also ich war auch in D2 mit Danja. Du hast mich ja auch gesehen. Ich glaube, Dunkelblau war da auch. Deswegen würde ich jetzt Dunkelblau, weil wir brauchen ja auch noch einen zweiten Impostor, würde ich Dunkelblau auch so leicht saven. Aber ansonsten, keine Ahnung. So, also, wir gehen auf Gelb, ne? Ja. Gelb ist es. Ja, sonst fliegst du wahrscheinlich in der nächsten Runde. Okay, mute. Tja. Du kannst überall da, wo so Gelb, wo das Gelb aufleuchtet, kannst du Tasks machen. Ähm. Oh, das ging schnell. Ja. Das ging einfach. Du kannst es auch play, gell? Ja, ich glaube auch. Was war's denn noch? Oh. Ich weiß es nicht. Hatte dich, äh, dich hatte ja Gelb direkt bei den, äh, Lichtern erwischt, ne? Aber willst du eigentlich, bitte? Ah, da haben wir es nicht gesehen, ne? Nee, ich hab's nicht gesehen. Okay, gute erste Runde. Fängt schon mal gut an. Ja, Danja, du bist doch auch stumm, Danja. Siehst du, Claudio, wenn du nicht dabei bist, läuft alles vollkommen ruhig ab. Sorry, ich hatte vergessen. Okay, dann hör ich auf, dann hör ich auf damit, so doof zu sein. Also, Claudio zu sein. Hey, was soll das? Ich bin halt nur nervig. Nein, du bist nicht nervig, das ist das Problem. Du bist so, du bist hinterhältig. Ja gut, aber darum geht's ja in dem Spiel. Das seid ihr alle. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Die Einzige, die nicht hinterhältig ist, bin ich. Naja, Danja, du würdest das nicht sagen. Sorry, Danja, du bist einfach nur so dumm. Also, du würdest gerne so sein, aber du schaffst es nicht. Ich bin nicht dumm. Also, in diesem Spiel auf jeden Fall. Ich bin einfach nicht dazu in der Lage, böse zu sein. Ja, na klar. Gut. Bis gleich. Und dann wieder einmal in das Fenster klicken. Ja. Das ist jetzt wieder Kume. Du kannst es ja auch ein bisschen kommentieren. Ja. Also, ich suche gerade mal nach einer Task. Da ist einer. Oh. Warum kann ich die nicht machen? Die hat gerade geleuchtet. Doch. Du bist gerade schon dabei. Okay. Was muss ich machen? Genau. Ah. Oh, Bad Buddy. Wow. Wie schnell ging das denn? Also, äh... Kurze Frage. Wer ist... Oh, kommen wir da noch raus. Wer ist gerade zu dir gelaufen? Ich habe es nicht gesehen, weil die Lichter aus waren, aber ich kann Blue saven. Ich kann Blue saven. Da kam doch jemand gerade rein. Das weiß ich nicht, aber Blue ist safe. Wir waren da ja bei... Lass mich kurz nachschauen. Bei Weapons zu viert. Wir können es ja eigentlich alle nicht sein. Ich glaube, da war einer von euch auch dabei, oder? Guck mal. Die Leiche liegt in Cafeteria. Brown hat ihn reportet. Brown war auch mit mir drin. Also, wir waren beide gemeinsam. Und ich habe halt den Körper nicht gesehen, aber Report-Button habe ich irgendwann gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Also, es ist ein Self-Report auf jeden Fall. Aber wer ist der Zweite? Es sind doch voll viele rausgegangen, ne? Dann ja, warum bist du eigentlich die ganze Zeit so ruhig? Okay, der ist auch schon... Ich höre euch nur zu, weil ich habe nichts großartig gesehen. Ja. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nur die paar Leute, die ich gerade gesehen habe, saven und... Aber warum ist blau ausgegangen? Ich habe es keine Ahnung. Und Brown left? Ja, das macht echt... Also, guck mal, das macht halt keinen Sinn von Lim, wenn er es wäre. Das heißt, wir können ja auch schließen. Kahn, die schließt sich aus, du hast Download gemacht. Ja. Ich habe kurz meine Lopplatte. Ich würde sagen, René oder Danja. Wen nehmen wir Kahn? Lass René. Okay. Danja macht mit. Und warum? Sag mal, ihr könntet gerne machen. Ihr werdet es gleich sehen. Weil du die Leute ausschließt. Weil du ständig alle Leute ausschließt. Ja, warum soll ich das denn nicht machen? Und keinen festen Beweis hast. Ja, ich schließe ja auch nicht Leute aus. Ich sage nur, dass der eventuell safe sein könnte. Aber Danja ist direkt mitgezogen. Hast du gesehen, Kahn? Ja. Also, entweder ist es René oder Danja. Ja, weil genau, weil der Lim macht ja keinen Sinn. Okay, schnelle Runde, Kahn. Höh? Ja, oder es sind... Danja ist auf mich und... Danja ist direkt auf mich gegangen. Also, Claudio, merkt der das? One Imposter. Okay, dann komm mit dir mal weiter. So, ich glaube, wir müssen das Licht mal reparieren, ne? Das ist ja auch nie irgendwen. Wo sind denn hier noch Tasks? Da ist Emergency Meeting. Ja, du kannst doch unten gehen. So, ich hoffe jetzt... Hier läuft jetzt gerade jemand rum, weil... Wenn die mich jetzt verdächtigen, dann muss ich eigentlich so langsam einen von denen erwischen. Da sind, glaube ich, ein paar Tasks. Genau. Nach unten. Ja. Das ist... Das leuchtet nicht, ne? Nach da, genau. Da läuft René. Jetzt hoch zu Electric. Ich glaube, hier sind Tasks. Ja. Oh, die kenne ich. Ja, perfekt. Hä, was machen die denn? Was ist denn mit... Du musst da rüberlaufen, zu dir? Ja, vielleicht sollte ich mich auch bewegen dafür. Okay, wie geht das? Einfach nach oben ziehen, dass es leuchtet, genau. Oh. Warst du schon? Ja, das war's schon. Okay, diese Tasks sind deutlich einfacher als die, die Khan macht, wo man das Alphabet legen muss. Das stimmt. Okay, hier ist niemand. Wieso passiert in diesem Spiel nichts? Du kannst immer so in Richtung gehen, wo die gelben Pfeile hinschalten. Okay. Gut. Okay, die laufen jetzt die ganze Zeit zu zweit rum, weil die wahrscheinlich beide auch vermuten, dass ich es bin. Dann ist natürlich auch klar, dann sehen die sich natürlich gegenseitig. Und hier ist jetzt auch niemand alleine. Ja, gut. Was meinst du? Schwierig, Khan. Wo hast du das gefunden? René, wo kamst du? Karnow? Ihr habt mich doch gerade gesehen. Ich war die ganze Zeit... Der Gang vom Cafeteria zu Mad Bay. Ich war erst... Auf dem Gang vom Cafeteria zu Mad Bay? Wo warst du denn dann, ja? Ich war jetzt zuerst bei Electrical und danach war ich bei Upper Engine. Oh, das stimmt sogar, Khan. Ich habe vorhin einen Admin Putzkoot. Das stimmt. Sie ist wirklich Upper Engine. Meinst du, René? Khan, du warst ja mit René. Er hat ja mit dir vorhin getanzt. Wir waren doch die meiste Zeit gerade schon zusammen. Oh, es sind ja echt nur noch wir vier. Vielleicht ist sie von Electrical zu Mad Bay gewendet, nach oben und dann von da zu Upper Engine. Nach Electrical. Wahrscheinlich ist es 100% wieder einer von euch beiden, wenn ihr schon so offensiv jetzt wieder auf uns beide mal geht. Claudio, Claudio, lass uns auf Danja gehen. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube schon. Lass uns auf Danja gehen. Weil das passt nicht. Boah, ihr seid so blöd schon wieder. Ihr seid einfach schon wieder... Das passt einfach nicht. Das passt nicht. Klar, von Electrical zu Upper Engine, aber bist du von rechts raus oder links raus? Ich bin zu Electrical und dann bin ich nach links und dann hoch. Ja, aber da müssen wir dich doch gesehen haben, Khan, und ich war ein Reaktor kurzzeitig. Ja, aber ich bin nicht sofort dahin gelaufen. Also, ich bleib erstmal bei Danja. Ah, René ist mitgezogen, Khan. Merk dir das mal. Ja, vor allem, es hat ja auch keinen Unterschied gemacht. Ich kann ja eh keinen Überstimmen damit. Khan, ich glaube... Nein! Es ist... Ja, es ist Claudio. Ähm, du kannst die Tasks jetzt aber weitermachen. Ah, okay. Es ist Claudio. Nein! Mann, warum bist du nicht abgehoben, Claudio? Ja, weil er mich sowieso kriegen soll ich machen. Ihr seid so blöd. Ja, doch, es war doch, also, René, ich wusste es doch, ey, Mann! Ja, deswegen, Khan, ich darf nicht auf Khan vertrauen, weil... Doch, ich hätte bei René bleiben müssen. Ja, weißt du, warum Khan? Weil René hat ja mit dir diese Storage-Task gemacht. Und er war heute fertig. Ja, aber weißt du, was das Problem war? Ich wollte ihn fragen, was hast du bei Storage gemacht? Und du direkt, ja, ihr habt beide die Kabel gemacht. Da wollte ich ihn fragen, aber du hast ihn ja schon rausgelockt. Hör auf, den Leuten zu sagen, was sie gemacht haben. Ja, aber, äh, Daniel, was war das für eine random Aussage von dir? Von electrical zu upper engine. Das fliegt, oder? Ich vertraue einfach, wenn ich mir erkannt habe. Ich wollte dir sogar skippen, also sprich, dass wir Unentschieden schaffen. Aber ja. Aber warte, Daniel, warum wurdest du denn überhaupt mich? Dann ja? Die ist abgehauen. Ja, ja, alles gut, ich bin live, ich bin da. Okay, geht los. Ich weiß nicht, ob Dann ja da ist. Dann ja hat gerade nicht gesprochen. Sorry, ich musste gerade nur die Akkus von meinen Lichtern tauschen. Okay. Gut. Eva, erzähl, was tust du? Ja, wir sind schon wieder Crewmate. Wir müssen jetzt zur Navigation. Ich hoffe ja, dass du einmal Imposter werden kannst. Das Ding ist, ich werde halt nie Imposter. Ja, ich hatte das bei Khan schon mal, wo er, glaube ich... Oh nein, oh nein. Was passiert hier? Wo ist der Reaktor? Wo kann man ihn? Nach links. Okay. Ja, du gehst schon in die richtige Richtung. Ja. Ja. Es laufen alle dahin. Genau. Einfach den hinterher... Oh. Ist aber nicht schlimm, du kannst weiter Tasks machen. Ja. Wo ist der? Ist das hier? Okay, da ist jetzt, glaube ich, irgendjemand noch bei mir in der Nähe, aber... Hier in Admin ist man eigentlich immer relativ sicher, weil... Weil das so zentral ist, dass es... Ja, Claudio. Natürlich Claudio mal wieder. Okay, sind wir hier eingeschlossen? Hm, okay. Okay. Also ich war... Also ich habe es auch gesehen, das war outside von electrical und neben lower engine. Okay, also unten links ungefähr. Habt ihr da wen gesehen? Nee, ich war mit Relais, hätten da ihn gesperrt. Genau, das stimmt. Und ich war davor in Navigation. Also ich weiß, grün war mit mir unterwegs und bei mir war auch, glaube ich, kurz gelb. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also gelb war zwischendurch bei mir auch, in O2, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Also kann natürlich trotzdem sein, dass... Gucken wir uns kurz die Diskussion an. Ja. Ja, okay, dann ist... Grün ist verdächtig, ne, Leute? Nein, grün habe ich vorher gesehen. Okay. Grün war vorher bei Reaktor und dann war ich alleine in Security und grün hat nichts gemacht. Okay, Orange schließt sich auch raus, weil Orange hat bei Shields die Aufgabe gemacht. Und der hätte mich erwischen können, weil der Reaktor, wir waren beide rechts, hätte mich erwischen können. Das heißt, gelb, dunkelblau und grau haben kein Alibi. Oder irre ich mich? Ja. Jemand ist halt gewendet vor dem Reaktor zu Upper Engine. Könnt ihr das bestätigen, dass gelb von Kaffee kam? Äh, nee. Also wie gesagt, ich habe gelb zwischendurch bei O2 gesehen. Das heißt, das wäre ein relativ langer Weg zu Lower Engine. Kann aber trotzdem sein. Wo ist er denn hingekommen? Wo ist er denn hingekommen? Der stand da nur bei O2. Der hat da wahrscheinlich eine Task gemacht. Wo gehen Sie dazu, Kahn, jetzt bei uns? Ich bin nur mit René drin. Für mich ist gelb irgendwie ein bisschen sus. Wo bist du, Kahn? Ich glaube, ich skippe. Ich war bei Security. Und dann unten halt Richtung Lower Engine. Und da war auch die Leiche, die grün gefunden hat. Deswegen ist das grün eigentlich nicht. Aber Daniel war doch in Kermis, hat er gesagt. Nein, nein, das, ähm, äh, äh. Okay. Bestimmt ist bei Electrical wieder was los. Immer, ja. Guck, Tür ist zu. Okay. Ähm, war klar, dass es bei Electrical ist. Wurde auch, ähm, also wenn einer bei Mad Bay ist, dann ist es der. Nicht fragen, nicht fragen. Du hast aber schon gesagt, dass es Electrical ist, Kahn. Natürlich sagt er jetzt nicht, wo der ist. Ja, aber wenn er sagt Mad Bay, dann ist es so. Äh, grün können wir ausschließen. René können wir ausschließen. Äh, Kahn können wir ausschließen für den Kill. Das heißt, grau und blau kommen in Frage. Ja. Ja, vielleicht beide, ne? Vielleicht sind es beide. Also nur einer von den beiden. René, wo warst du denn jetzt zuletzt? Äh, ich war ja mit euch unterwegs. Du bist links gelaufen, oder? Ja, genau. Ich habe erst Karte geswiped, dann Storage. Und dann bin ich so auf selber Höhe mit Kahn. Kahn ist Richtung Electrical und reported. Und ich wollte Lower Engine gehen, weil ich in Reactor meine Task hatte. Ja, also für mich ist es eigentlich ganz klar. Dass von grau und dunkelblau mindestens einer auch sein muss. Guck mal, grau antwortet mir gerade nicht. Das ist ein bisschen sass. Weil vielleicht grau jetzt nichts Falsches sagen will. Weil die Leute nicht, weil sie, weil grau nicht weiß, wo die ganzen Leute waren. Ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich auch auf grau erstmal gehen. Ja, ich glaube grau. Würde Kahn es schaffen, so schnell jemanden zu eliminieren und danach Self-Report zu machen. Ich glaube nicht. Nein, die Türen waren ja vorher schon zu. Doch, doch, ich glaube, das würde schon gehen, aber... Ja, aber die Türen waren ja vorher zu. Ja, wenn es nicht grau ist, ist es blau, dann... Ich glaube technisch geht... Warum antwortet denn grau einfach nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber doch, grau antwortet, aber... Schau mal, zwei Leute haben René gevotet. Also du zeigst die beiden den Poster. Der andere ist dann blau. Siehst du, grau warst. Ja, blau. Ja, warum solltet er dann grau auf mich gehen, wenn ich seinen Kollegen... Und blau. Und blau. Ja, blau. Ja. I voted white, schreibt aber der Grüne gerade. Warum votet er denn white? Nein, ich glaube, es ist blau. Und wenn es nicht blau ist, sind wir noch zu dritt. Ich meine, da könnt ihr mich gerne rausfordern. Ich skippe, mein ich skippe. Da kann ich euch auf die Erde sagen... Bei Grün bin ich mir auch nicht sicher, aber er kann jetzt nur für den Kill nicht gefragt. Nein, aber bei Grün, das habe ich ja gesehen, Grün ging mit mir nach unten und Grün kam nicht von der Leiche. Grün ist zur Leiche gegangen. Ich weiß, ich kann aber jetzt für den Kill, aber die Runde davor? Hatten wir denn gerade, als wir gesagt haben, dass es eigentlich grau oder blau sein müssen, hatten wir da eigentlich schon ein Beleg für blau, dass es blau eigentlich auch sein muss? Oder war das Ausschlussverfahren? Nur für den letzten Kill können wir sagen, dass es... Also grau haben wir ja getroffen. Ja, ja. Problem ist halt, ist es jetzt grün oder blau oder René? Ja, also ich war die meiste Zeit mit euch, ne? Schwierig, aber ich glaube, ich würde auf blau gehen. Geh mir das... Ich gehe das Risiko mal ein, komm. Wer nicht's gewagt, wer nicht's gewagt, wer nicht's gewagt, ne? Würde ich mal sagen. Ich meine, dadurch, dass wir die meiste Zeit zu dritt waren... Weil René würde ich, glaube ich, rausnehmen, weil René war ja mit dir. Ja, für den Kill, klar. Ja, aber ich habe ja da grün gesehen, das muss ja dann... Ja! Guck! Ja! Bisschen Vertrauen, Leute! Ja, ein bisschen Vertrauen. Ja, aber warum antworten die denn nicht einfach? Ja, weil die sass sind, die wissen nicht, was sie antworten sollen. Das ist wirklich, ne? Gut gemacht. Gigi, Daniel, kommst du rein? Führt uns alleine zum Sieg. Ja, ich brauche keinen von euch. Danke. Besonders sichtlich, was ist mit dir eigentlich heute los? Ja, ehrlich, Daniel. Ja, es tut mir leid, okay? Wenn mich ständig jemand erwischt, ihr könntet ja auch mal auf mich aufpassen. Ja, gut, okay. Nächste Runde passe ich auf dich auf, okay? Okay. Gut. Aber das heißt, ich beobachte dich auch, ne? Let's go! Ja, ich starte die Runde. Okay. Schon wieder, ich kriege zu viel. Ich will doch einfach nur mein Imposter sein. So, ich geh jetzt mal mit Danja mit. Hier kann man gucken. Achso, hier, das steht da ja schon. Das ist der Ort, wo es ist. Und dann da an der Seite ist so... Ist so eine Karte, ne? Da kannst du gucken. Okay. Er beobachtet uns tatsächlich. Okay, wir können hier rüber. Da ist auf jeden Fall einer. Was macht Danja da? Warum macht Danja keine einzige Task? Das ist gar nicht so langweilig. Da ist er weggelaufen. Ich glaube, Danja macht die Weapons-Task. Okay, aber das war ein bisschen komisch gerade. Und noch einen. Ja, Task complete. Ich habe uns gerettet. Sehr gut. Orange ist da. Orange verfolgt uns. Du kannst auch weiter dorthin gehen. Okay. Das ist dann noch einer. Ah, okay. Hier noch? Genau. Und dann hier einfach runter. Ah, runter. Okay, ich wollte schon wieder hoch. Ich habe die Karte nicht so genau angeguckt. Ne, das andere links. Das andere links. Das andere links. Das andere links. Okay. Okay, da ist hier das mit den Blättern. Ja. Karns Beschützer-Idee war übrigens sehr kurzlebig, ne? Ja, das muss ich auch mal sagen. Also, da ist nicht viel von übrig geblieben. Nein, 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 nein. Es war so klar. Es war so klar. Oh. Mhm. Okay. Ähm. Ich habe ... René war mit mir bei Electrical, ist dann nach links gegangen. Und hier musst du dich noch an. Ach, nee, bist schon. Hm. Dania, wo bist du? Security Brown invented. Ich frag jetzt mal, was Grau in Storage gemacht hat, weil ich hab die Kabel da gefixt. Du hast mich doch gesehen. Ja, aber, Danja, du hast auch extrem lange gebraucht, bis du bei Weapons warst. Danja, wo bist du eigentlich jetzt gerade? Jetzt gerade bin ich bei O2. Bei O2? Ja. Okay, das stimmt. Ich hab dich auf den Nettenpilz dann gesehen. Was ist denn mit Grau schon wieder los? Grau antwortet mir schon wieder nicht. Wires, was sind denn Wires jetzt? Ja, ja, das sind die Kabel. Okay, dann muss ich meine Stimme gleich zurücknehmen. Ja, Braun, ne? Es wurde gesagt, dass Braun gewendet ist. Ja, ja, okay. Schwierig. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Hab ich zwar nicht für gewohnt, aber du hast es schon. Schon gewohnt? Oh, das klingt aber schnell. So einfach geht's. Gut so. Danja, alles okay bei dir? Ja, ja, alles gut. Ich wollte gerade fragen, ist alles okay bei dir heute, weil du bist relativ still. Wir haben gewonnen, kein Schreien, kein Nichts. Ja, alles gut, ihr habt mich ja nicht rausgebrotet. Ich bin ja auch nicht für dich geworden. Alles gut. Du bist nicht im Spiel, kommst du rein? Ganz schön sus. Ne, aber sie bewegt sich ja heute echt komisch. Ich hab die ab und zu beobachtet. Ja, weil du hast voll lange gebraucht, bis du zu Weapons gegangen bist. Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Man hört dich schlecht. Daniel, lock mal zu mir, Daniel. Lock mal zu mir hier unten. Ja, okay. Hä? Kannst du vielleicht irgendwie prankt uns oder so, aber gut. Los geht's. Weiter geht's. Sorry, ich hatte keine Ahnung, wo wir sind. Total orientierungslos in der Map so, hä? Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Ich kenne die Karte nicht. Was ist das so gegen? Warum stellt ihr so komische Fragen? Warum stellt ihr solche Fragen? Wir müssen investigativ herausfinden. Okay. Die geht schon wieder hier hin. Das war eine gute Aufgabe. Zweimal hintereinander. Okay, jetzt kommt bestimmt ein Stackel. Bestimmt bei Electrical. Geh ich ganz stark von aus. Mann. Okay, wo? Moment. Im. Electrical. Okay. Khan, René, Pumba. Also ich bin da tatsächlich hingegangen, aber ich hab auch schon mit Ansage gesagt, bei Electrical bestimmt gibt's jetzt ein Stackel oder so. Also hinter mir war auf jeden Fall... Boah, wer war denn jetzt hinter mir? Claudio, warum willst du mich sassen? Wir sind doch die ganzen Zeit zusammen unterwegs gewesen. Nee, 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 ich wollt's grad save'n, René. Eben nicht. Oh, ja, ja, ich wollt's grad save'n. Okay. René, Khan, Pumba und eigentlich Emil auch. Also Dunkelblau war, glaube ich, ja auch mit uns unterwegs bei Navigation zwischendurch. Deswegen denke ich mal, Dunkelblau auch eher nicht. Ja, Dunkelblau sowieso. Dunkelblau schwarz. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Danja, was meinst du? Danja? Gelb? Äh. Danja? 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 Wer ist bei dir im Studio? Das war nicht Danja, stimmt. Das war nicht Danja. Das ist entweder Eva. Eva! Eva! Was wusste ich? Eva spielt also, okay. Hast du die ganze Zeit gespielt, Eva? Ja, ja. Ja, okay, das erklärt so manches. Deswegen konnten wir die Tast auch nicht so schnell fertig machen. Hm? Ja, wir sind aufgeflogen. Wir sind sehr, sehr schnell aufgeflogen. Doch, ich hab die Tast gut gemacht, fand ich. Ja, ich fand es gut gemacht. Doch. Letzte Runde, da haben wir nur nochmal Karte gut die Impostor rausgekickt hat. Ja. Gut, Claudi. Claudio versucht jetzt ein bisschen zu schleimen, müsst ihr wissen. Oh, unglaublich. Weil er beim letzten Mal extrem, na, ihr wisst schon. Ich hab mein Bestes gegeben. Let's keep going. Ich mach meinen Upload. Komm, da wird sowieso einer zu Electrical gehen. Emir hat's angemacht. Tu's nicht, Emir, tu's nicht. Ich hab's nicht. GG. Okay, einer hat die Tür abgeschlossen. Ist das vielleicht René? So. Jetzt kommt Kahn oder was. Okay, da ist zu. Aber jetzt kannst du rollen. Und dann kannst du da Tasks machen. Oh. Oh, drück mal auf... Ja, okay. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Okay, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, braun. Ja, seh ich auch so. Ich hab sie auch gefunden. Ja, also ihr habt ja gesehen, dass ich an der Tür war. Ja, ja, ja. Ja, ich war da auch. Ich mein, eventuell bist du auch aus der Richtung gekommen und dann hast die Tür hinter dir zugemacht, ne? Ja, aber ich war doch die ganze Zeit neben dir. Wie soll ich das denn machen? Ja, vielleicht davor, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt auch erstmal auf braun gehen. Ja, gut, aber in dieser Runde ist das relativ unrealistisch. Also ich würde jetzt erstmal auf braun gehen. Es sind aber auf jeden Fall zwei, weil die waren nebeneinander. Und Danja ist auch aus der Richtung gekommen, oder? Ja, genau. Also es könnte braun und Danja sein. Also oder Eva, wer auch immer spielt. Ja. Also ich würde jetzt auch auf braun gehen. Ich könnte mir sowas zutrauen. Kein anderer traut mir sowas zu hier. Auf jeden Fall braun ist raus. Ja, okay, ich glaube es ist Eva noch, oder Danja. Ja. Einer ist noch. Noch. Sie denken, es sind wir. Wir? Ja. Hä? Ich weiß auch nicht warum. Das denken sie immer. Dass sie sich mal besonders schlau halten, aber das sind sie ja nicht. Du bist das ja auch nie. Ich bin das halt auch wirklich erfremd. Wo ist denn diese Emergency-Aufgabe? Äh, hier, genau. Und dann hat sie anscheinend schon jemanden. Oder sind sie alle? Gehen wir doch mal hinterher. Ups. Das ist immer gefährlich. Ja, ich weiß. Uh. Uh. Okay. Ich würde Danja rausworten. Nein. Oder Eva. Nein. Also gelb ist mir gerade so hinterhergelaufen, bis nach Electrical, wo man ja in dieser Lücke ist. Ja, da waren ja alle. Ja, aber. Das war auch ein bisschen verdächtig. Aber gerade, weil Danja oder Eva gerade aus Richtung der Leiche gekommen sind, würde ich auch auf. Nein. Ja, aber das Problem ist, Eva kam von Electrical. Ja, ja. Mhm. Ihr macht immer den gleichen Fehler, soll ich euch sagen. Sagen nichts dazu. Den machen wir gerne. Ich sage, es ist Khan. Der hat das Emergency-Meeting so gemacht. Aus, ähm, aus, 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 um, aus Ablenkungszwecken. So. Eva ist so viel vor. Ja. Okay. Tschüss, Eva. Unglaublich. So läuft das immer, ne? Mhm. Nein. Traurig. Das ist wirklich traurig. Ja. René, bitte mach jetzt nicht den Fehler. Okay, einer von den beiden muss es jetzt sein. Keiner macht Anstalten, auf mich zuzulaufen. Nein. Oh, gelb. Schade. Okay, es war gelb. Es war so klar. Und ich habe gerade noch gesagt, gelb ist es. Ey, Mann. Okay, gelb hätte es auch sein können, weil, äh, gelb hat Braun verteidigt in der Runde, wo wir Braun rausgerottet haben. Ja. Ja, das war schlecht. Das war schlecht von mir. Weil vier Leuten einen rausgerottet haben. Ja, das, ja, das, das war schlecht, aber das Problem war, das, das Problem war, das, das Problem war, das Problem war, Eva kam von Electrical und ich hätte ihr sowas zugetraut. Ja, ihr kamt da alle her. Das ist ein totaler Unsinn. Ja, egal. Okay, bis gleich. Ah. Das ging schnell. Wo? Okay. Was? Zwei Leute jetzt schon? Bei Storage habe ich was gefunden. Achso, okay. Bei Storage habe ich was gefunden. Ach, guck's rein. Wollt gerade Richtung Electrical die Lichter machen? Hä, du hast immer Storage gefunden? Ja, oben. Also, wo man von Admin runterkommt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Ja, aber warum macht das keinen Sinn? Ich verstehe das gerade nicht. Weil, äh, blau 007 ist Navigation gelaufen. Ich bin runter zu... Warte, stopp, bevor ich was Falsches sage. Storage ist doch das unter Admin, oder nicht? Ja, genau. Ja, genau. Da, da, da ist es. Kennt jemand die Karte auch nicht. Ähm, weil, gelb war eigentlich bei Weapons, aber es kann sein, dass er zurückgegeben und umgekehrt ist, klar, aber... Ich habe keinen gesehen. Ich habe da halt nur was gefunden. Ich habe keinen gesehen. Ich kann niemanden sassen. Ich werde skippen. Ich habe keinen gesehen. Es war viel zu schnell für mich. Warum sagt er dann, dass es René ist? Wie kommt denn jetzt grau darauf, dass es René ist? Ja, vor allem, wir haben zwei Sekunden gespielt und er hat doch selber zurückgegeben. Einfach so, weiß. Meinst du, es ist... Okay. Wer spielt eigentlich, Eva oder Danja gerade? Ich spiele. Okay. Ich habe auch geskippt. Danja hat gerade gesagt, ich hätte nicht skippen sollen. Ich wäre zu nett. Sondern, was hättest du machen sollen nach Danja? Ich hätte dich voten sollen. Ja, alles klar. Das ist wieder typisch dann. Ja, ich habe... Okay, René zwei. Ich habe auch eine. Ja, aber man hat doch nichts gesehen. Gut, bis gleich. Das war kritisch. Also, es könnte vielleicht rot sein. Oder vielleicht auch Danja diesmal. Ich glaube, Danja. Kahn ist hinter uns. Nee, das ist nicht. Uh. Das war die Ansammlung. Eine Traube. Eine Traube. Du kannst hochgehen, wo rot jetzt steht. Okay. Ah, okay. Geht nur noch von einer Seite. Okay. Gut. Da ist wieder Claudio. Ich muss mir mal merken, wo alle sind, ey. Was ist das? Genau, jetzt kannst du da hin. Ja. Auch wieder da rot. Das ist rot. Da ist so eine Übersicht wieder. Ja. Okay, das ist O2. Mhm. Okay, ich lerne. Du kannst ja die Tassen. Okay. Ich bin auch wieder so kabel. Da ist Claudio. Okay, jetzt laufen hier wieder tausend Leute rum. Unter anderem... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Oh. Oh, das ist gar nicht. Das ist mir auch ein bisschen zu blöd, da jetzt noch irgendwas so zu sagen. Weil der konnte immer noch einfach keinen Grund nennen, warum der seit Sekunde eins gegen mich immer geht. Tja, schwarz und weiß. Nee, ich glaube, der hat das Klug gespielt. Aber wieso, aber wieso? Weil, ja, sag, sag, sag. Seine Taktik ist gut, dass er sich bei electrical, I don't know, dass er sich unten links bei electrical stellt. Dann sieht er ja aber wendet, aber dass er jetzt uns beschuldigt macht, hat keinen Sinn. Sollen wir ihn rauswerfen? Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde eher das rauswerfen, Daniela, weil du nichts machst. Du verfolgst nur die Leute, du machst gar nichts. Ich verfolge niemanden, ich habe zwei Tasks gemacht. Was hast du bei electrical gemacht? Du gehst hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Weil ich nicht weiß, wo die Karte ist und weil ich nicht weiß, wo die Aufgaben sind und ich manchmal mit unten und oben vertue. Aber ich habe zwei Tasks gemacht, wo mein Kabel verbindet. Das Problem ist, ich sehe die ganze Zeit nichts. Ich war bei electrical und da war halt, da dachte ich, da kommt jetzt ein Stackel eigentlich. Und was hast du da gemacht? Ja, die Lichter anmachen. Dann dauert das so lange. Dann merkt man, dass Eva gar keine Ahnung hat wieder. Ja, und? Kannst du bitte voten? Ja. Ich vote... Braun. Schwarz. Okay, René. René fliegt raus, wo geht denn? Viel Glück, Leute. René wird doch nicht mehr kommen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, aber das hat irgendwie auch nicht ganz geglaubt. Ja, okay, es ist entweder Braun und Daniel. Ich glaube, Braun und Daniel. Ja, Braun könnte es schon sein. Was macht Daniel hier schon wieder? Ja. Uh, Emergency Meeting. Eva, was machst du da die ganze Zeit? Hä? Ich mache diese Task. Welche denn? Diese Task, wo man Sachen runterlädt. Okay, keine Ahnung. Okay, aber wieso? Warum nicht? Man muss doch Tasks machen. Wer ist denn Sas jetzt? Okay, wer hat es denn überhaupt ausgerufen? Blau. Sagt Grau. Grau, okay. Ich glaube trotzdem Braun und Eva. Wir sehen dann, äh... Ich sag auch Grau. Hast du eure Task schon gemacht? Seid ihr mit euren Task durch? Eva? Nee, auf keinen Fall. Ich komme ja nicht dazu. Ich habe nur drei, vier Stück. Ich habe noch zwei Stück. Ach so, jeder hat andere. Oh. Teilweise. Okay. Oh, oh. Hast du gerade hingehört, Khan? Was denn? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Hast du nicht gerade hingehört? Nein, ich habe nicht gehört. Oh, jeder hat verschriebene Task. Das heißt, sie wollte uns nachmachen, weil sie glaubt, wir haben dieselben Task. Nein, 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 nein. So weit denke ich überhaupt nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Grau oder Danja? Wir skippen, wir skippen, wir skippen bei sechs Leuten. Obwohl, Double Kill, wir sind raus. Oh, wir hätten voten müssen. Ich habe gewotet. Ich habe gewotet. Ihr könnt auch noch. Sag ich dir nicht. Okay, Grau. Ich denke, Grau ist es, aber... Müsst ihr ja eigentlich. Wenn Blau jetzt, sonst ist es Blau. Weil Blau macht das Emergency Meeting und sagt Grau die ganze Zeit. Ja, alles klar. Oh, wir haben verloren. Safe. Seid vorsichtig bei Blau. Jetzt wird es schwierig. Okay. Das hat sich niemand ernischt, Eva. Lass dich jetzt bloß nicht erwischen. Ja? Da unten auch. Ja, Jus. Genau. Ja! Ich habe es gesagt und zweifel immer Kahn. Und wisst ihr was? Ich habe tatsächlich... Ich habe tatsächlich nur einen Kill in der ersten Runde gemacht. Danach nichts mehr. Ich war der, der Electrical ausgemacht hat. Und da hingegangen ist und nichts gemacht hat. Muss man sagen, ihr wart aber auch nicht zu zweit oder zu dritt, ne? Wütige Mithilfe von Grau. Wenn nicht sogar zu dir. Wieso? Ja, Eva, wortet einfach irgendwen? Ja, sorry. Nein! Nein, habe ich nicht. Doch. Ich habe mir da was bei gedacht. Komm, eine letzte Runde. Oh, das war so eine gute Impostor-Runde wieder. Weißt du, wann ich gemerkt habe, dass du es bist? Aber dann war es viel zu spät. Wann? Wo du... Mann, da habe ich gemerkt. Oh nein, das ist Kahn. Weil du meintest, du hast so logisch überlegt, von wegen... Ah, okay, wenn es der nicht ist, dann ist es blau. Von wegen, du wirst schon davon ausgegangen, dass er es nicht ist. Ja. Dann dachte ich mir so umkommt. Nein, ich habe aber gesagt, er hat das Emergency-Meeting ausgerufen. Aber so spielst du nie, Kahn, weil du wartest sonst immer bis... Ja, 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 ja. Du wartest sonst immer bis... Ihr könnt doch einfach zugeben, dass es eine gute Runde von mir war. Ja, das war natürlich eine gute Runde mit zwei Gehilfen hier. Ja, warum? Keiner von uns ist... Also, der andere ist auch nicht... Habt ihr auch nicht erwischt. Ja, King's Stars. René und Claudio sind am Teleporten. Was? Ja, das war stark. Weil das Gute ist, wir haben nichts gesagt mit Braun und trotzdem wurde alles für uns gemacht. Okay, wo sind denn... Hier ist... Guck, Mad Bay ist eine von meinen Aufgaben. Sehr gut. Sehr gut. Ach, warum will dann keiner zu Reaktor? Jetzt in der Reaktor, nein. Ah, ja. Okay. Ah, was macht er? Hier ist Kahn. Läuft aber auch an mir vorbei und macht schon mal die Task. Okay. Das könnte vielleicht Claire-Audio sein. Oh, Daniel hat's erwischt. Okay, Daniel hat's erwischt. Äh, es ist jemand die ganze Zeit von Lower Engine zum Reaktor gewendet. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Hin und her. Okay. Ähm, es könnte... Oh, keine Ahnung. Also, ich... Ähm, ich hab nicht viel gesehen. Also, ich war ja gerade bei dir, Claudio. Ja, ich weiß. Äh, Kahn, du bist nicht gewendet. Warte mal. René, wo warst du jetzt zuletzt? Ich war zuletzt bei Storage und das kann Kahn auch bezeugen. Ja, Kahn? Ja, also, ich kam auch vom Reaktor, wo der Reaktor-Meltdown war. Aber da waren halt viele. Danja war da. Ähm... Also, ich war Storage und dann Elektro. Blau war, glaub ich, auch da. Aber blau ist es, kann nicht sein. Das heißt, gelb. Ja, dann muss es braun sein, der gewendet ist. Wenn Gelb ihn reported hat. Entweder gelb oder braun. Also, einer von nebenbei muss es ja sein. War er in Cafeteria? Braun sagt, er war Cafeteria. Cafeteria. Schwierig. Weiß ich halt nicht. Es sind doch viele gequittet. Ich sag erst mal Braun. Auf wen gehen wir denn als erstes Kahn? Ich sag Braun. Gelb oder Braun? Ich sag Braun. Okay, wir gehen als erstes auf Braun. Mal versuchen. Ich hab irgendwie beide so 50-50 jetzt geschätzt. Ja, leider. Perfekt. Sehr wohl. Okay, jetzt müssen wir den zweiten noch finden. Könnte natürlich auch einer von uns sein. Ich geh davon aus, dass es einer von uns ist. Aber ich schaff' uns mit den Tasten nicht. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. 5, 8, 4, 6, 0. Es sind beide. Es sind einfach beide. Und keiner läuft da jetzt hin. Doch Claudio ist es nicht. Okay. Ei, ei, ei. Es ist einer von euch beiden auf jeden Fall. Entweder du oder gelb. Naja, dich würde ich eigentlich auch noch nicht so sicher rausnehmen. Also ich glaube, du bist es. Weil ich glaube, Self-Report in der letzten Runde zu machen, ist schon sehr verdächtig. Ja, ich glaube auch, René, du könntest es sein. Ja, also... Warum soll... Ja, aber... Warum solltest du... Aber ich bin es nicht. Ja gut, die Runde ist ja sowieso danach vorbei. Also 50-50. Vor allem, ich war nicht bei O2. Boah, ich weiß nicht. Also dadurch, dass Gelb... Also das ist jetzt einfach faktisch eine Lüge, dass ich bei O2 war. Ähm... Deswegen, auch wenn ich eigentlich erst dachte, dass du es bist... Vielleicht ist Gelb doch so... So drauf, dass er jetzt einen Self-Report macht. Meinst du? Ja, also... Normalerweise... Also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich dich gewartet. Aber... Dadurch, dass er jetzt... Offensichtlich ja... Das sagt, um mich... Zu sassen... Sehe ich den jetzt auch so ein bisschen als Imposter. Okay. Dann gehen wir mal auf Gelb. Vor allem, jetzt muss ich auch auf Gelb gehen, weil, ähm... Selbst wenn ich dich voten würde, dann wäre es gleich statt. Dann hätten wir eh verloren. Ja, gehen wir auf Gelb, ne? Und? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade los, Jungen. Nein! Gute Entscheidung. Sorry, René. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ja, es tut mir leid, aber... Für mich war wirklich 50-50. Eigentlich hätte ich damit Rechte sollen. Eigentlich hätte ich damit Rechte sollen. Das war dumm von mir. Ja, weil... Ich hab... Ich hab... Was, Danja? Sorry, Danja. Was hast du lacht? Danja? Ja, komm. Danja ist nicht mehr da. Ja, sorry, René. Du hast vollkommen recht. Das war sehr schlecht gespielt von mir in der letzten Runde. Ist okay. Das war wirklich sehr schlecht. Ich spiel nicht mehr. Okay. Ich glaube, das war es auch für heute, oder? Ja. Ja, Danja redet nicht mehr. Ist auch nicht schlimm. Leute, was euch gefallen hat, gerne abonnieren. Das war es für heute. Eva, ist du Spaß? Ja, komm, sei ruhig. Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Auch wenn keiner nett zu mir... Also, Daniel war natürlich nett zu mir, aber der Rest fand ich nett zu mir. Eva, das ist nicht DIY. Das ist das Spiel mit mir hier. Das ist Standard bei Among Us, dass wir nicht nett sind. Okay. Ich wusste nicht, dass das Standard hier ist. So, tschüss. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.